Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sea of Flames. Ich bin Jonas RealPay und ich moderiere heute nackt. Genau und alleine. Nicht ganz. Ja stimmt. Deine rechte Hand ist dabei. Recht? Ne das hört sich falsch an. Ne ne ne. Wenn du schon sagst du moderierst nackt, dann können wir das gleich hochziehen. Also bitte dich. Hochziehen? Oh komm schon. Bitte. Bleiben sie mal ganz entspannt hier. So. Du baust jetzt das Haus weiter oder was? Ich baue hier grad Bücherregale hin. Du baust jetzt das Haus weiter, hab ich gehört. Bücherregale. Ich hab gehört du baust das Haus weiter. Leck mich am Arsch. Funktioniert das hier? Was steht hier? Steht irgendwas. Ne. Da steht was. So jetzt pst. Au. Scheiß Skelett. Au. Ich werd sowas von da sterben. Leul, 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 leul. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Au. Ich würde mal sagen, vielleicht bauen wir uns mal ein Schienennetz oder so zu den Strecken, wo wir am meisten sterben. Nein. Das ist langweilig. Wir haben 100.000 Schienen, Alter. What the fuck? Ich werd jetzt irgendwas hinbauen? Das hier. Deine Mama. Ja. Brennt hier irgendwas? Brennt hier was? Brennt unser Haus? Nö, brennts nicht. Okay. Darf ich jetzt lesen? Nein. Oder willst du die Story nicht machen? Okay. Mach die Story. Da gibt's die Story. Okay. Nö, nö, nö. Nö, nö. It's everything horrible. Do you... Wie halt? Mir wird das ausgespräch gesprochen. Da fährt. Im Idealität. Regret this. Are you not allowed to have nice things? Do you play from Nashville when you play Minecraft? Then you name just might be Joe Hills. Musst du man das verstehen? Hm. Also wenn ich hier jetzt runterspring, dann bin ich... Insider. 100%ig tot, wollte ich sagen. Oh. Oh. Wer hat das gedacht? Seeds. Yeah. Ich überleg grad, wo ich die Scheiße hier hinbaue. Die Power Rails lass ich mal da, ne? Die Verzauberungstisch ist eigentlich ziemlich viel wert, ne? Ich soll mir den grad mal ein. Leckt mir die Eier. Warum denn jetzt schon wieder, alter? Weil ich nicht sterben möchte. Weil ich nicht sterben möchte. Dieses sexistische Bitch und so weiter. Weißt du was ich hab? Weißt du was ich hab? Nein. Ich hoffe Holz. Besser was. Boah! 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 So. Das ist das Ergebnis. Ich hab grad gedacht, du schmeißt deine Maus durch den. Hahaha. Was ich glaube, das ist komisch. Geil. Ja. Ich mache richtig öfters, weißt du? In meiner Freizeit. Ich doch auch. Wo haben wir denn die Wolle? Da. Ich kann das hier gar nicht alles aufnehmen. Ähm. Was ist das? Wo kommt denn die Kacke rein? Wo kommt denn die Kacke rein? Da kommt die Kacke. Da kommt die Kacke rein. Da kommt die Kacke rein. Möchtest du einen Bogen mit Pfeils? Nein, ich möchte Kacke. So, warte mal. Möchtest du trotzdem einen Bogen? Pfff. Einfach immer. Vorbeigelaufen. Wir brauchen noch ein bisschen Erde. Haben wir noch Erde? Erde, Erde, Erde? Nein. Nein. Warte mal, hier ist Erde. Hier ist Erde, okay. Äh. Haben wir Wasser? Wasser wäre ja so ein essentieller Bestandteil. Ähm. Dafür brauchen wir erstmal Eisen. Also nein. Und ich wüsste, wo es Wasser gäbe. Also nein. Was will ich denn mit dem Bogen jetzt? Ah, nein. Ausrüstung. Äh, ausrüsten. WTF? Ich muss mich doch hier erstmal equippen. Warte mal, hier haben wir doch, wir haben hier zwei Pilze. Können wir die, können wir die nicht wachsen lassen, wenn es ein bisschen dunkel ist? Nö, das geht nur noch in diesem speziellen Biom. Die müssen wir da wachsen lassen können. Das geht, wenn es, man kann Pilze pflanzen, wenn man, wenn man die richtig dunkel pflanzt. Unter der, machen, unter der Erde. Warte mal. Warte mal. Warte mal ein bisschen, ne? Weil das wäre eigentlich eine unendliche Nahrungsquelle, wirklich Pilzsuppen. Zwar eine nervige, aber, naja. Warte mal, dann gehen wir hier weiter runter. Ähm. Ach, hier unten besteht ja alles, besteht hier alles aus, das wäre ja nervig. Dungeon 3 und 4 haben wir gemacht, ne? Ja. Ähm. Jaaaa. Wo ist es drin? Was sind das hier unten? Erstmal ablenken, genau. Ja. Wo ist es drin? Hab ich mir jetzt... Warte mal, ich hab was für das Pilzdingens gefunden. Nein. 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 Doch, hab ich. Nein, hast du ihn nicht. Doch, hab ich. Nein. Möchte ich aber nicht. Nein. Haben wir keine Minecrafts mehr? Ich spring hier nicht runter. Ähm. Ich spring woanders runter. Ja. 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 Erstmal. Was ist denn jetzt passiert? Was passiert hier? Da drüben ist ne... Da drüben ist ne Kiste. Alter, hier sind unterirdisch versteckt Kisten. Was? Mit Ironsword, Cooked Porkchop, Torches. Was? Was ist hier los? Das sind unterirdische Gänge. Tiff. Are you kidding? Nein, komm hier runter. Ich bau keine Leitern. Ich muss erstmal die Minecrafts-Strecke wieder hochjumpen. Jump, jump, jump. Da unten bei der Minecraft-Strecke kannst du gleich abbiegen hier. Weil hier ist Glas davor aber... Egal. Weil hier kannst du gleich... Nee, wenn du hier abbiegst, hier ist ein riesen Fenster, alter. Ja, ich glaub ich seh deinen Namen. Hallo? Nee, das ist da unten... Hier. Hier sind riesige unterirdische Gänge. Ach, das hätten wir auch eigentlich nicht sehen sollen. Irgendwie schon, ne? Und da drüben ist noch ne Kiste, wo noch ein bisschen was drin ist. Und hier unten baue ich jetzt das für die Pilze hin, weil Pilze sind einfach... Hast du da extra Kloster wieder aufgebaut? Nein. Der stand da noch. Weißt du es grad nicht an mich? Von mir. Ja, du kannst das heo in die Kiste tun. Nee, das behalte ich jetzt, weil ich einen Diamantschmerd habe. Schmerd? Du hast einen Diamantschmerd? Ja. Schmerd. Schmerd. Ah, hier sind... Hier machen wir jetzt Waffen rein oder so? Ey, wie kommt der her? Eisenschwert! Eisenschwert, Junge! Hä? Droppt der das? Keine Ahnung. Hat der das gedroppt? Ne. Was zur Hölle? Mit einem Schlag? Einfach mal random. Okay. Ne, ich hab Rottenflash. Ja, Rottenflash, Alter. Was da los ist doch geil, Alter. Was da los? Ähm, wie lange haben wir? Ganz genau. Wir haben doch nicht so lange. I'm to strike? Was hast du gemacht? Sieben Minuten haben wir ab. Ich hab mir ein Schwert gepastet. Was für eins? Äh, Steinschwert. Hier unten die Spinnenweben grad mal ab. Ja, aber Spinnenweben und so. Mach ich jetzt nicht mehr mit dem Eisenschwert weg. Wo ist mein Bett? Äh, das ist... Das haben wir abgebaut. Musst du dich dann auch mal reinlegen, wenn du... wenn du kannst. Hier geht's ja auch noch runter. Wo hast du es reingepasst? Äh, irgendeine Kiste. Ich glaub, die ganz vorne da. So, was tue ich jetzt? Ich suche jetzt Dungeon-Bin. Und ich baue hier unten weiter Pilze an und so. Ja, du bist hier der Kräutermann. Der Kräutermann? Aha. Das erinnert mich irgendwie an diese neue Edeka-Wärmung. Der Kräutermann? Hast du noch nicht gesehen? Nein. Mit den Kiffern, die... Ach doch, das, ja. Hab ich, hab ich gesehen. Neulich mal. Fand ich schon lustig. Das ist schon krank, Alter. Tüte? War schon, war schon, war schon funny, ne? Muss man ja mal so sagen. War schon, war schon funny. So, der Raum muss komplett dunkel sein. Ist natürlich super wegen den Zombies, aber naja. Die 5 mit bei? Ich glaube, hier spawnen sowieso keine, weil hier sind überall Spawner, da ist die Mob-Spawn-Rate so ausgelastet. So, jetzt hätte ich Erde mitnehmen müssen. Ich hab keine Erde dabei. Und natürlich, scheiße. Hast du die Fakke mitgenommen mehr haste? Da sind eigentlich noch mehr. Ich mach meine Rüstung grad sowas von kaputt, aber egal. Oh, die ist schon kaputt. Volltrottchen. Drei, vier. Mal gucken, ob es sind vier noch irgendwelche Dungeons... Ach du Kacke. What? Hier ist keine Party hier, ne. So, jetzt haben wir hier oben, ist ja eine Baden-Dum-Dum-Großen-Bahn. Da bin ich drin. Ich hoffe mal, hier können wir jetzt die Pilze drin spawnen. Ne. Tatsache können wir. Womit's bauen wir... Womit's bauen wir... Bamm, das muss ich überleben, danke. Soll ich alles bauen mir... ...verschwenden? Na eigentlich haben wir... Wir haben ja noch was in den Kisten. Pfff. Jetzt spawnt hier bestimmt gleich was nehmen. Der Creeper wollt mich ficken. Eindeutig. Bei dem habe ich das angesehen. Dem hast du das angesehen? Ja... Der hat so einen Blick auf mich drauf, weißt du. Ach so. Wie das halt so ist. Ich muss dann erstmal oben die Felder erweitern, weil wir brauchen ja dann schon ein paar Felder. Das ist nicht ganz inkorrekt. Ich meine, wenn wir uns mit Brot über Wasser halten wollen. Mit Brot über Wasser halten wollen? Naja, so überlebenstechnisch. Also mit Brot über Wasser halten, das könnte ich ja verstehen, aber... Ach du verstehst das nicht. Ja, ich bin halt, keine Ahnung, was bin ich halt. Jackass, Bad Grandpa. Nee. Ist schon ein geiler Film. Soll ich ihn wahrscheinlich auch bald gucken. Ja, solltest du, auf jeden Fall. Hä, Hunger? Meine Hunger... Hallo? Hä? Das Teil, wo diese Poison und diese Tränke angezeigt werden, fackt bei mir das Ding rum. Okay. Soll. Soll. Was? Ach, jetzt sink ich in eine Spinnenwebe, ey. Ach du Kacke, was ist das? Immer diese Spinnenwebe, ey. Was? Was denn? Wenn du das jetzt sehen könntest... Was denn? ... würde dich total brainfacken. Brainfacken würdest du nicht. Doch. Naja, ich baue hier mal weiter, während du da so ein bisschen dies, das machst. Bin hoch. Dumme Spinnen. Okay, dann machen wir hier ein paar Steine weg noch und dann können wir hier hoffentlich mal Pilze pflanzen. Das wäre so geil, Alter, wenn wir hier eigene Pilz farmen und so, weißt du? Da ist irgendwas drin. Was ist das? Muss ich hin? Einmal hin, alles drin. Muss ich jetzt nur runterspringen, ernsthaft? Also du musst gar nicht. Es ist meine Lebensaufgabe. Also muss ich jetzt. Ach so. Von daher. Ja. Du, 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 du. Das ist ein Gas spawender da, das alles. Und das ist alles. Und das ist ein paar Kräste, Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, Scheiße. Aha. mal diese kraft ausdrücke ja und 27 wolle welche frau dafür gas light blue ja die müssen wie gesagt aufheben weil wichtig so ne da baue ich mich jetzt eiskalt mit hoch wie oft denn noch dass du das nie verstehen willst jetzt so viele gas 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 die heulen richtig rum er hat mich gesehen leck mir die eier leck mir die eier das explodiert oder hinter mir das ganze gar nicht vorstellen party save the world jetzt habe ich gerade gedacht du bist gestorben so verpiss dich verpiss dich rick halt mal keine angst zuständig hier irgendwas gefunden irgendwas geiles was mich gerade von den typen von deep space erinnert irgendwas geiles irgendwie schon aber ohne witz das war gerade das war gerade richtig die stimme so irgendwas geiles alter ich bin so weit weg ich sehe nur noch lava mehr zum glück habe ich meinen karten ich fahr grad zu diesen riesen schwein glaube ich hin das ist jetzt kein scherz hast du schon gesehen nein habe ich nicht hier ist ein riesen schwein ein riesen schwein ist das dungeon 5 bitte sag nicht dass es dungeon 5 ist 5 geht dungeons erkunden wie ist das kathedrale wie soll ich das über oh hier ist ein portal ein portal ich meine wir haben keep inventory true und sollte ich da mal durchgehen mal gucken einfach nur mal gucken mal gucken so mal schnuppern ich verrate dir auch nicht was da hinten ist auch noch was da waren wir natürlich zuerst über mehr als was so muss ich mal wissen ob die letzten der letzte dungeon und dran sind dungeon 12 ich bin weg ich weiß ich weiß nicht wie viele dungeons es gibt tschüss 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 jetzt trotzdem noch durchs portal das ist mir wert oh hallo packmänner guten tag und wenn ich das das brain packt dann bin ich weg dann komme ich nicht durchs portal keine ahnung die ganze zeit die vision sage ich jetzt mal diesen effekt aber ich komme da nicht durch hä ne oder wenn er jetzt hier in der mittel sein würde also wir haben so viel obsidian war da war da ne nether datei mit dabei keine ahnung oder was ne ich komm jetzt grad nicht in den nether rein aber selbst wenn würde ja einer neu generieren oder theoretisch ja schon ne sie du hast mit dem perewan ohne witz junger man hab ich gesagt was denn ich hab ich gar nicht gehört ob ein junger man gesagt nein auch so warum ich jetzt das schwein hinauf hat man um zu gucken nicht zu spoilern was wir so mag gleich vorgehalten habe ich mich erschrocken tja als schuld harte tecke abdürfen abdürfen so und es ist immer noch unsymmetrisch sie sind noch ein raus wie ich das so richtig sehen oder jetzt runterfall bin ich eindeutig eindeutig tot ich hab so viel schweiß im inventar alter ohne witz ohne witz ohne witz so fackel verzauberungstisch hier sind zwei kisten in seinem gehirn in seinem gehirn okay was da drin ist es ja ganz nett das ist auch ganz nett jetzt bin ich wir müssen die kisten mal sortieren ohne witz ist alles so unaufgeräumt ey das wichtigste mit ich weiß nicht wofür wir das brauchen aber egal so jetzt haben wir das schon mal bin ich immer noch zu langsam aber wir müssen auch die folge beenden oh gott das geht alles so vorbei im epischen sprung moment epischen sprachen ich wusste warte warte hier ist noch eine kiste auf den kopf oh schilder mit knockback aber mit knockback x ey die kann man ja staten auch wenn die gedingstert sind verzaubert ich hab level 29 ich würd gern mit level oder soll ich denn mit level 30 verzaubern hey hä was ist besser 30 ne mit du kannst auch schon mit 20 verzaubern da kommt genau das gleiche raus wie mit 30 hier haben wir 28 infinity 1 dankeschön ich hab doch gesagt da kommt das gleiche das ist random random hier guck mal guck mal wir machen mal hier ein paar zauberungsbücher ein hier warte mal hier hier guck mal in irgendeine kiste in die hier zum beispiel hm nein das ist kacke dafür das habe ich einmal das 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 ist gut das ist gut das ist gut das ist gut sein knockback x ok wie weit fliegst du damit weg können wir das mal ausprobieren oh stimmt schon ein stückchen ok goldener abfeld das heben wir uns aber alles auf würde ich mal so behaupten ne ne äh glowstone staub kann hier raus das kann hier raus äh wir müssen wie gesagt mal die kisten mal ein bisschen sortieren irgendwann wenn wir mal Zeit haben ach quatsch das mit den braunen pilzen will ich eigentlich jetzt mal ausprobieren das mache ich doch jetzt noch schnell dauert aber dauert aber dauert aber ja wir haben kein essen nein wo haben wir die ersten kiste wir haben keine essen kiste weil wir kein essen haben wtf ja ich habe noch kein essen gegessen verkäst du hast alles weggefressen nein aber wir hatten allgemein wenig und naja du hast es gegessen nein habe ich nicht du hast es gegessen ja pilz gespawnt WTF hat geklappt was muss man das abbauen mit dem hier ah hier mit dem ok da müssen doch jetzt ganz viele pilze oh ja da droppen ganz viele pilze raus hojo hojo geil geil naja alter das ist richtig geil guck mal hier runter guck mal hier runter guck mal hier runter guck mal hier runter hier sind ganz viele pilze pilze pilzsuppen wir kommen soo und das so aus einem pilz sind jetzt 16 pilze gewonnen na was da los was noch einmal das war jetzt nur ein bohnen ok jetzt hat es natürlich nicht funktioniert aber egal äh wir brauchen hier ein bisschen Schraubwärtschen jetzt komme ich runter ja jetzt ist es vorbei ne jetzt komme ich runter dann kommen halt runter auch wenns nichts zu sehen gibt ach muss die auch oder wachsen die auch auf Steinen ne die wachsen also die wachsen auf beiden achso ich glaube wir haben schon 10 min in Überlänge äh warte ja so ungefähr ich hab jetzt echt gedacht du bringst irgendeinen Peniswitz aber es ging das das war doch ja naja pass aus jetzt nicht egal pass aus jetzt nicht ja ja pass aus einfach nicht okay will ich schon nicht oh oh halb neun schon so müde halb neun schon heidewitzka so morgen ist der Freitag zum Glück heidewitzka halb neun schon so morgen ist Freitag meine kommt schon schon äh special raus ne oder ja kommt dieses wochen ach der ist gewachsen okay braucht nur ein bisschen mehr aber wir haben ja so vieles gelder Für die ist das ja nächste Woche, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Verwirr mich jetzt nicht. Äh, ne. Für die ist das letzte Woche gewesen. So. Ach komm, wir holen. Ich hol euch nächste Folge ab. Machen wir denn noch eine Folge, Herr Philipp? Ne, heute nicht mehr. Heute nicht mehr? Ne, heute nicht mehr. War doch so ne Pussy-Best-Aufer. Ich hab dir ja sowieso eigentlich gedacht, nur bis Viertel nach acht. Hab ich Zeit. Naja, aber jetzt ist ja so Viertel nach... Ne, halb acht ist schon fast. Naja, genau. Jetzt facke ich hier noch alles ab, so. Ich möchte jetzt auch ein Schwert verzaubern, eben noch schnell. Ach doch, wie viele Level hast du? Mal 30. Ähm, verzauberst du ein Schwert oder ein Buch? Ein Schwert. Und, was hast du, was hast du, was hast du, was hast du? Keine Ahnung, ich such mir noch irgendwas aus. 20, krieg ich nicht mal. Mach 30, ist egal. Nein. Wir töten genug, Monster. Was machst du? Wenn du mal Fackeln hinsetzt, werden die Level niedriger. Mit Hilfe? Wusstest du das nicht? Nein. Immer noch zu niedrig. Oh ne Level 1 der Zauberung. Scharpness 1 auf ein Steinschwert. Scharpness 3, hier. Geil. WTF? Wie viel Schaden macht das? Sag mal. In die Hälfte. Geil. Gut, dann nehmen wir uns das mal gut auf. Oh, ich meine hier ist ja Fail. Achso, hier ist noch Smite 2. Oh, dankeschön. Aber Smite ist eigentlich scheiße. Was? So, hier machen wir jetzt mal extra Equipment rein. Equipment. Hey, du bist da plötzlich gespawnt. Ja, Absicht. Absicht? Warten wir hier noch Fackeln. Immer noch Fackeln. Überall. Fackeln hier. Überall. Kohle? Ach da. Kohle. Ja, jede Menge. Na ja, dann machen wir halt diese Folge ein bisschen Überlänge. Aber Inventar aussortieren muss halt auch mal. Infinity 1. Ja. Wenn wir den auf dem Bogen haben, dann sind wir... Infinity... Infinity ist Unendlichkeit? Ich glaube schon. Nee. Ja, doch, doch. Du hast doch auf Deutsch. Guck dir das Buch doch an oder nicht? Ich hab's nicht auf Deutsch. Ich kann's mal auf Deutsch machen. Options. Language. Deutsch. Deutschland. Wenn du das jetzt machst, mach ich's nicht. Bei Minecraft hat sich... Oder hängt das irgendwie, wenn man die Sprache ändern kann hat? Ja, ein kleines bisschen aber noch. Ah, jetzt ist okay. Fertig. Fertig. Wo ist denn das Buch? Unendlichkeit 1. Unendlichkeit 1. Tatsache. Wie geil. Aber warte mal, dann verzaubern wir... Ach nee, warte mal, da brauchen wir ja... Brauchen wir nicht. Level für? Amboss. Verstehe ich die Länge... Ach, da. Sprache. Ach, haben wir noch gar keinen Amboss? Nö. Wir haben das noch gar keine Eile. Okay, dann lassen wir's halt. Ist das auf UK oder hatte ich das auf US? Auf US. Also eigentlich, glaube ich, immer. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Deutsch. YOLO. YOLO. Zu. Ja, US ist schon richtig. Schon richtig, ja. Ist alles cool. Okay. Hier ist noch Pfeile. So, wir haben eigentlich alles, was wir brauchten, so. Theoretisch. Dann können wir aufhören, oder wie, oder was? Ja, können wir. Alter. Ich war's nicht. Guck doch hier in den Chat. Ich schlaf jetzt ein bisschen. Also, bis zum nächsten Mal und, äh, haut rein, macht's gut auf Wiedersehen und, äh, ich krieg einen Schluck Cola. Tschüss. Das. 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 Das.